Vier Punkte, warum das Obea Rise halt so was ganz Spezielles ist. Punkt eins, du kannst es personalisieren. Das bedeutet, in den verschiedenen Verkaufsstufen kannst du halt einmal das Fahrwerk verändern, du kannst die Sattelschütze verändern, du kannst auch andere Bremsen anbauen. Dann kannst du einen Range Accenter dazu kaufen, was auch natürlich nochmal 252 Wattstunden dazu bringt. Das nächste ist, dass das Ladegerät, was du mitkriegst, halt ein intelligentes Ladegerät ist und immer zwischen 2 und 4 Amperestunden halt wechselt. Zum Beispiel, wenn du im Winter nach Hause kommst und der Akku ist halt noch kalt und er soll nicht mit 4 Ampere geladen werden, dann wählt das Ladegerät von alleine, von selber aus, dass es halt nur mit 2 Ampere geladen wird, was den Akku dann wieder in seiner Leistung halt oder in der Langlebigkeit schont. Das nächste ist, dass es natürlich eine Fachhandelsmarke ist und dass ich finde dafür halt eigentlich gute, moderate Preise sind für eine Fachhandelsmarke mit aber einer wirklich guten Ausstattung und natürlich auch ein Top-Design.